Hallo liebe Pilz-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Cube World. Ich weiß gar nicht wie viel, irgendwie 24 oder so. Auf jeden Fall sind wir schon sehr fortgeschritten, ja. Oh Gott, alter, dumm, dumm, dumm. Also eigentlich bist nur du sehr fortgeschritten, ich bin wieder Level 1. Von meiner Seite auch wieder high. Wo ist der Boss? Hat er es da unten und chillt sein Leben, okay. Ja, diese Folge gibt es Bossfight von mir und... Hä? Ich habe hier Sounds, aber es passiert nichts. Ja, läuft. Hä? Ich laufe gerade durch die dicke, fette Stadt. Nö, lol. In Richtung Jonas. Alles klar. Ja, Finn hat sein PC zurückgesetzt gehabt irgendwann und hat sein... Lol, was... Mein Snowtbeedl fliegt! Er ist einfach geflogen! Ja, ich dachte, das wäre auf dem Account gespeichert wie bei anderen Spielen, aber... War es nicht. Genau, deswegen hat er sich jetzt einen neuen Charakter erstellt, oben links seht ihr es. Ja, sieht strange aus ein bisschen, aber... Das war halt der Standardcharakter, den ich als erstes bekommen habe. Ich bekämpfe jetzt von hier oben, Alter. Ich bin richtig... Das ist genauso, wie ich in Real Life aussehe. So mit... Außen den Haaren nach... Nein! Alter! Nein! Nein, 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 nein! Es könnte auch Taddle sein, der... Alter, er verfolgt mich einfach! Taddle färbt er gerne seine Haare. Alter, der Typ! Er verfolgt mich! Hilfe, ich werde sterben! Aua, aua! Hör auf! Oh, oh! Nein! Geh weg! Ey, warum bin ich so scheiße? Hilfe! Alter, ich bin zu... Nein! Oh Gott! Nein! Ich habe übrigens noch einmal gelevelt, in der Zwischenzeit hier. Alter, der Typ! Ähm... Und... Ich habe meinen Hang-Glider abgegradet, deswegen bin ich zu schnell mit dem Hang-Glider hier. Ja, geil! Jetzt werde ich hier einfach weggenatzt! Und ich kann nichts dagegen tun, weil ich scheiße bin und ich vorhin erst angefangen habe, wieder zu spielen. Und ich richtig kacke mit der Steuer... Er rum bin... Ich habe es geschafft! Er ist einfach auch hier! Alter, dieser Knecht! Vor allem, ich habe ihn noch nicht mal angegriffen! Hey, wo ist er hin? Er ist weg! Hö? Oh, da ist er! Ich finde einfach nichts. Ich habe ihn umgekommen. Nice. Ich bin Frogmans. Okay, gern dir. Ich kann vielleicht einen starken Gegner dort hinloggen. Okay, es ist aber niemand hier in der Nähe. Ich war da schon vor lange und es ist einfach niemand da. Okay, irgendwie kann ich doch recht gut gegen ihn kämpfen. Ich würde auch sterben. Jetzt holt er Verbündeter, der kleine Knecht. Ich habe gerade einen Klappenfight gegen Cotton Planes gehabt. Oh, das kleine Sheep hilft mir! Nice! Gegen was hast du gekämpft? Gegen Cotton Planes und Scrubs. Das ist, das ist, das ist ein so. Okay, gönn dir. Das sind Pflanzen. Selbst gegen die ich hier habe, kann ich schon so knapp gewinnen. Gut, ich brauche jetzt einen Heal-Pod. Auch wenn die keinen Schaden machen. Oh, jetzt verfolgt mich das scheiß Viech! Leute, das war dumm, was ich getan habe. Egal. Wie, es kommt jetzt mehr als eine Fliege, Alter. Nein, es kam nur eine Fliege. Ich kann nicht gegen drei Fliegen gleichzeitig kämpfen. Finn muss halt jetzt von komplett neu anfangen. Ich habe noch meinen Account. Und ich hoffe, das macht jetzt nicht so viel aus für euch. Aber ich denke, dann seht ihr einfach nochmal alles, wie Finn neu anfängt zum zweiten Mal. Also eigentlich sehen sie es nicht. Sie sehen das nur, wie du einen Boss weit machst und mir nicht hilfst, zu einer Böse. Ja, aber irgendwann wirst du ja auch wieder aufnehmen. Ich sterbe gar gegen Fliegen, Alter. Ich sterbe gar nicht gegen so einen Boss. Und ich ertrink währenddessen noch... Ich finde es voll unfair, dass Fliegen fliegen können und ich nicht mit dem Wasser kämpfen. Du bist keine Fliege. Ja, ach, nehme ich nicht eine Fliege. Ich bin jetzt trotzdem unter das Fliegen fliegen, ich bin ja noch nicht nicht. Er tötet mich. Nein! Hör auf mich zu töten. Aber Fliege, komm mir auf Land, da ist er... Alter, ich bin zu dumm, um die Steuerung hinzubekommen. Ich sterbe gerade gegen eine Fliege. Wie sich das anhört, Alter. Ihr landet einfach nicht. Ja, nein! So an sich. Stopp! Alter. Die hat mir weh getan. erst mal hier, hier. Alter, wenn der jetzt nicht stirbt! Ja! Danke! Ich hab Instant Level abbekommen! Ich hab Instant Level 3,5! Hä? Hast du mitgelevelt? Ja! Du hast mitgelevelt! Ich bin Level 3,5! Dadurch, dass ich dir getötet hab, was? Guck mal, war doch gut, dass dir nicht geholfen habt! Hä? Hä? Ich bin aus dem Städten... Loll, das wollte ich nicht schreiben! Egal! Nice! Ähm, jetzt kann ich das auch gegen dieses Radieschen hier aufnehmen! Das ist übrigens auch eine traurige Geschichte, aber... Alter, ich hab richtig viel XP bekommen! Ja, ich... Ich kann schon wieder skillen! Ich hab 43! Hä? Ich hab mehr als 43 bekommen! Genau! Ich bin jetzt einfach Instant Level 3,5! Ich hab auf dem neuen Level dann 43! Ich hab vergessen, ihm den Timer zu stellen! Fuck! Egal! Ich weiß ungefähr, wann ich aufgenommen hab! Ich hab kurz mein Handy weggeworfen! Sorry, Leute! Ähm... Ich kann auch endlich gegen Alpakas kämpfen! Boom! Oder vielleicht kann ich auch doch nicht gegen Alpakas kämpfen! Ähm... Was... Finn, was glaubst du? Soll ich skillen? Noch mehr Hangglider oder...? Ich skill mehr Hangglider! Komm, scheiß drauf! Ich find... Ich find Hangglider übelst krass! Ich hab Hangglider jetzt auf 11! Jo... Jo... Ist richtig geil mit ihm jetzt zu tun! Ich sterb halt wirklich gegen Alpakas, Mann! Bitte einfach nicht... Ein... Einfach nix da zu sagen, okay? Einfach... Jo, ja... Kein Ding! Das können die Leute in den Kommentaren machen! Witz! Ähm... Wo bist du denn ungefähr? Warte mal, ich muss einfach zurücklaufen! Okay, ne, ich lauf jetzt nicht zurück! Äh... Ich laufe jetzt erst mal zu der Stadt! Komm einfach! Und falls du... Krasse Leute tötest, dann... Dann krieg ich ein bisschen mit XP! Es kann auch sein, dass die eine ganz normalen... Mini... Mini bisschen mit XP bekommen! Falls du so ein 10er tötest, krieg ich bestimmt ein, zwei! Oder so! Was ist denn 10er? Ja, also 1, dass es 10 XP gibt! Achso... Achso, gibt's Glo... Ne, es gibt kein Global XP, glaub ich! Ja, aber wie hab ich dann XP bekommen? Das war Global XP! Bei Bossen gibt's, glaub ich, Global XP! Aber ich bin mir nicht so sicher! Weil irgendwie hast du ja gelevelt mit, was irgendwie cool war! Aber... Das war halt schon leicht, bitte, dass wir immer extra gewartet haben, bis der andere wieder da ist! Und jetzt merken, dass es Global XP gibt! Irgendwie! Achso! Achso, ich hab's geopfert dafür, dass... Naja... Alter, was geht bei den Leuten hier? Wisst euch! Sterbt! Oh, alle umgebracht! Ich bin ein Massenmörder hier! Muss mein... Okay... LOL! Das Chicken kämpft einfach gegen... Das Chicken ist gestorben! Was? Scheiße, dass ein Pferder... Wichtig, weil ich gewinn nicht gegen die Pferde! Dann lass es... Ne, Pferde geben XP! Also... Also relativ viel dafür, dass sie nun Pferde sind! Halt nett! Gebt! Ja, ich hab' damit! Und... Und... Und und Kuse in der auch noch! � und Kuse in der auch noch! Aber... Gönnung Alter! Ähm... Ähm... mit dem Kuh, Alter. Ich kann richtig... Alter, die ist genau wie bei einem Trainer. Was? Fett und aggressiv. Alles klar, dein Trainer ist also fett und aggressiv. Gut zu wissen, bin ich. Eigentlich nicht, aber egal. Erst mal den Trainer beleidigen, Alter. Ja, komm. Ja, komm, Alfred. Boom. Alter, ich sterbe an mir selbst, weil ich dumm bin. Ich sterbe an Kuhn. Oh, Kuhn, ich bin bald bei der Stadt, Alter. Dann ist es in so einem Vorrest? Wir gehen erst mal zum Vorrest. Obwohl ich Level 3 bin, sterbe ich immer noch an Kühn, Alter. Ja, dumme. Vielleicht sind es männliche Kühe und du solltest keine Milch von denen holen. Ja, ja. Möglich. Witzgrößen. Alter, ich hab einfach mein Licht angemacht anstatt meinen Hanglider. Boah, ich komm noch nicht so ganz mit der Steuerung klar. Wir haben es jetzt schon lange nicht mehr gespielt, dadurch, dass wir so viel auf... Chocolate Cake und Softies. Dadurch, dass wir so viel voraufgenommen haben, haben wir jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Also, Jonas, ich muss sagen, die Steuerung, die ist jetzt nicht so ganz kompliziert. Nee, aber ich hab durch Minecraft immer noch meine Sprint-Taste auf F, deswegen drück ich einfach mal F und dann passiert das hier. Ja, ich hab das früher auf Steuerung gemacht. Auf Steuerung, da kann man halt nicht mehr normal laufen, weil da packt das immer übelst rum, wenn man nach unten... Also, es packt nicht rum, das sieht halt behindert aus und dann... So, Tiere. Ich hab grünen Schleim als Pet Food. Das kann ich auch gleich mal schauen. Ähm, green... ...Slime... Ähm, das... ...ist für Radieschen... ...für Mole, Alpaka, Chicken, Crow, Onion, Ling, Knoll, Skalball, Horst... Skalball ist gut! Es wär vor allem Schneeke, falls ich den da irgendwann bekomme. Ist ja richtig geil. Ich hab ein viel stärkeres Item, merke ich grad. Also, extrem starkes. Alter, man kann mittlerweile übelst viele Sachen mit den... Hä? Ich kann einfach tausend Tiere mit dem Chocolate Cake zähmen. Fuck, was für eine Range, Alter. Krass, ich hab grad merkt, dass ich ein richtig starkes Item hab. Kann ich da... Alpaka... Alter, ich kann einfach alles damit zähmen, man. Mit was? Ja, mit allem kann man irgendwie so 10, 20 Sachen zähmen. Hä? Auf... Seit wann? Ach so, seit... Keine Ahnung. Vielleicht schon ein Patch oder so. Jaja. Lol. Alter, ich kann mich gar nicht entscheiden. Oh, bin ich krass. Ich... Alter, das ist krass. Ich kann eine Hexe zähmen. Eine Hexe? Ja, ich kann eine Hexe zähmen. Mit was? Was hast du jetzt dafür? Ähm, ein Chocolate Cake. Das ist so... LOL. Dark Beatles, Lemon Beatles und Spitters. Ich kenn Spitters nicht, aber Dark Beatles sind übelst stark. Ich warte auf Dark Beatles. Also ich hab... Ich hab jetzt Candy. Ich hab ne Waffel. Ich hab, äh... Curly Bar. Keine Ahnung, was das ist. Und, äh, Green Jelly. Ich hab dir übrigens nicht zugehört gehabt. Also, was du zu Green Jelly gesagt hast, weil ich beschäftigt war mit meiner neuen coolen Waffe. Ähm, Green Jelly, ähm, Radieschen, ähm, Mowl, Alpaka, Chicken, Crow, Onion, Link, Noll, Skalball und Horst. Skalball ist, glaub ich, das stärkste. LOL! Skalball, Alter! Das ist ja richtig... Da ist einer! LOL! Aber es kann auch sein, dass es nicht funktioniert, nur alles dasteht, nur... Schau einfach mal. Was? Ähm, das sind grad drei Kühe, die seit fünf Minuten lang gegen die Wand laufen. Kühe, lol. Ja, die laufen seit fünf Minuten gegen die Wand. Ich glaub, irgendwie hat der keinen Bock auf mich. Aber im Takt, also... Okay, er greift mich an. Es geht nicht. Aber warum müssen denn immer alle, nur weil ich alle angreif? Finde ich unfair. Also, mit dem... Ich werde jetzt sterben. Der Skalball hat mich getötet, den ich zähmen wollte. Fand ich echt nett von dem. Nicht. Was ist das denn? Ah! Ah! Hilfe! Diesen Böse. Nee, nee, ey, Kühe, ey, ich... Ich wollte euch nichts tun. Ah! Getäuscht! Scheiße! Nein, nein! Loch bei dir. Ich... Ich... Ich schaff's noch nicht mehr gegen zwei Kühe zu gewinnen. Ich glaube, ich greife jetzt ein Ork an. Oh, bei Knollen, die kannst du auch 10. Ich schaff's nicht mehr gegen die Kühe zu gewinnen. Noll, Alter, wie ich da runtergejumpt bin. Ich... Ich bin grad gegen zwei Kühe gestorben. Heißt, ob hier einfach Snout-Beatles sind und nicht Dark-Beatles und... ...Lammon-Beatles-10 kann aber sein einfach Snout-Beatles-Star. Pfft. Fick, Mann. Hä? Achso. Ich doll. Ich bin durch meinen Hang-Gleiter gestorben. Ach, die töten nicht immer alle. Oh, armer Fing. Ja, das find ich nicht nett. Schau mal, ich kann aber eigentlich alles ziehen. Hä, ich kann halt... Es sind einfach 20 Sachen. Ich kann Katzen, Terrier... Das funktioniert nicht, gell, Finn. Der Patch ist, glaub ich, noch nicht raus. Echt nicht, Lord? Nein, weil ich kann keine Star-Beatles mit meinem Green-Jelly machen. Das geht nicht, ich hab's probiert, der hat mich umgebracht. Ist halt so. Okay. Lol. Okay, ich weiß nicht mehr, wo es ist. Cool aus, wo ich bin. Soll ich da hoch? Ich glaub, ich geh da hoch. Warte. Es kann sein, dass... Okay, ja, okay, ja. Was? Man kann damit... Green Slimes... Ich hab einfach beim Falschen geschaut, aber ich find mich richtig krass. Also ich hab einfach beim Falschen geschaut, nur... Irgendwie da gibt's zwei Sachen. Was gibt's noch? Also... Weil ich... Ich hätt gern so ein... Da gibt's irgendwas komisches, was ich nicht verstehe. Ein Schokolade-Cake, hallo. Ich hab einfach nur ein Schokolade-Cakes hier. Jo, sieht ja richtig geil aus, Mann. Ah, den hier kann ich wieder. Und... Du darfst irgendwo da hinten sein. Ich kann Pinguin zähmen. Alter, guck dir mal die Folge von mir an, Mann. Das sieht richtig episch aus, hier, wo ich bin. Ey, man kann keine Skullbys leider zähmen. Achso, doch nicht? Ey, wieso hast du das dann vorgelesen? Weil, da gibt's zwei Sachen. Es gibt zum einen... Futter-Droplist. Ah! Ich... Okay, ähm, das war falsch, weil... Äh, Skullbys können das droppen. Aber man kann sich nicht damit zähmen, Alter. Ich bin richtig krass, dass ich einfach so dumm schaue. Alter, ich mach richtig viel Damage mit dem neuen Item. What the fuck? Das macht einfach... 23,2 Damage. Danke. Ich mach ganze... Erstmal schauen. Wie viel Damage mach ich denn? Wie komm ich denn immer in den Inventar rein? Mit I. Mit I. Oh, wir wären schon bei 15 Minuten jetzt, gell? Okay. Äh, ich würd ganz kurz, äh, da noch durchfliegen. Und dann würd ich die Folge beendet. Acht Damage mach ich. Acht. Ja, mit, mit dem Attack-Speed von 0,01 oder so. Oh, das ist... Nein, Schwarz. Ja, ne, ne. Ich mach ordentlichen Damage. Also, abgesehen davon... Also, 20 Hits für ein Horse schaffe ich schon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Da kommt gleich das nächste! Mann, ich verliere wieder gegen die Horses! Ach, ich sterb wieder gegen... Ich kann's doch nicht mehr mit zwei Horses aufnehmen. Die haben schon runtergekloppt. Ja, töte mich halt, du kleiner Miststück. Alter, immer diese Leute, die einfach meinen, mich töten zu müssen. Dabei bin ich voll harmlos. Ja, ja. Sagen sie immer. So. Zack! Nee, nee, ich mein's ernst. Das ist ein Skullball, von dem flieg ich weg. Tschüss! Kleiner Knecht. Oh, da ist die Stadt schon! Cool! Dann, äh, würde ich auch mal meinen, beende ich hier die Folge. Hä? Wie geht das? Ähm, ich bin gleich Level 4 und davor muss ich noch gegen ein Horse kämpfen. Okay, dann, äh... Glaubst du, ich schaff das? Geht die Folge noch ein bisschen länger? Bis Finn es geschafft hat. Weiß ich nicht, ob du es schaffst. Äh, äh, Ulti aktiviert geschafft. Äh, okay. Ich bin noch nicht Level 4, scheiße. Ich war noch 2 XP. Aber ich kann nicht zu den Crewen gehen, weil ich... Oh, glaubst du, ich kann die töten? Weil ich kann die Crew nicht 1v1. Ich bin das, ey, ich fühl mich richtig gemobbt. Ich kann einfach Crew nicht 1v1. Ich kann die töten. Ich kann die 1v1. Ich nicht. Krass. Aber der tötet mich! Ich kann ihn töten. Nicht! Doch, schau mal. Wenn der mich tö... Oh, war das knapp, krass. Ich hab noch 38 Leben, krass. Ich hab gegen die Crew gewonnen. Gut gemacht, Finn. Jetzt bist du Level 4. Dann, würde ich sagen... Der Kampf war jetzt auch mal wieder richtig schwer gegen die Crew. Oder halt auch nicht. 1 und 2 und danach war er tot. Ja, okay, tschüss. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst so eine Positiv werden da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.